Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem Video hier mit Bailey. Ich zocken heute, ihr werdet es vielleicht in ein paar Stunden sehen, das hier. Und das heißt Pixelmon. Ihr habt es euch gewünscht und jetzt ist es da. Ich habe übrigens bei ShurekMC die Idee her, also ich meine, ich glaube nicht, dass ShurekMC das gemacht hat, aber guckt bei ihm gerne vorbei, weil ich meine, dadurch, durch ihn habe ich das richtig abgefeiert. Und Leute, schreibt jetzt in die Kommentare, welches suche ich mir jetzt aus, okay? Ich zähle gleich auf 3 runter, dann hole ich es mir. 3, 2, 1, 0, ich hole mir Bisa Samen. Tatsächlich hier, ich habe einen speziellen, okay, Entschuldigung, direkt in den Dorf gespawnt. Das passiert mir auch nicht immer, aber das ist geil. Okay, jetzt muss ich irgendwelche Leute verprügeln, also nee. Was ich cool finde hier an der Mod, also ich kann, ich kann das schon spielen. Oha, da ist einfach Tauros, ne? Ist das ein Boss? Angst vor ihm. Schießt, der hat, der hat Level 42. Ich gehe weg von ihm. Ich will mich nicht mit ihm anlegen, Leute. Okay, also in dieser Mod, für den, die es nicht wissen, gibt es halt Pokémon. Und leider auch stärkere. Nein, ich habe ausversichtlich in der Attacke geklebt. Ja, wow, was will Bisa Samen gegen Hopp015 machen? Nein, Bisa Samen, das war nicht so gemeint. Ich wollte dich eigentlich nicht instant gerüstet lassen. Also, Leute, ich raub jetzt erstmal dann mal das Pokémon Center aus und lasse mich auch noch hier. Also, das denke ich, ist fair. Als ob. Ich habe hier eine Party. Let's go. Und da ist es auch dann schon mal. Ui, das ist eine schöne Truhe. Ich habe das schon mal ein bisschen angespielt. Und da hatte ich hier mit langen keine so geile Truhe, ne, Leute? I looking for a Schmiede. Stark, Benni. Deine Aussprache heute wieder in Englisch ist perfekt. Klonmaschine. Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob das hier richtig geiler Stuff ist. Ich nehme einfach mal alles mit. Aber die Eisenspitze, die Spitzhacke weiß ich, da das gut ist. Oha, einfach mal drei Erfolge. Indem ich... Oha, hier ist es. Todesleck. Da ist auch ein Trainer, der stärker ist. Hallo? Ja, willkommen. Hallo, Kollege Schnüschel. Also, Leute, wenn ihr von... Ding... Übrigens, guckt bei Schuhek MC vorbei. Guckt bei... Bo heißt er... vorbei. Guckt bei mir vorbei. Und lasst Like und Abo da. Yeah! Weil... Schuhek MC ist echt ein... Elektrojuwel. Leute, ihr müsst mir da hinschreiben, was das ist. Deswegen verkaufe ich es jetzt erstmal noch nicht. Dann kaufe ich mal was. Oder hier auch doch nicht. Kann ich hier was Gutes kaufen? Ah, da war's doch. Leute, erstmal... Erstmal so viele Poké-Bälle? Nee. Benni gönnt sich erstmal so... 30. Warte, ich brauch auch ein paar Hyper-Bälle. Und dann mach ich's wie Schuhek MC. Und der Rest geht in... So. Gut, Leute. Jetzt hab ich doch... Jetzt hab ich doch schön... mich hier voll gekauft. Jetzt, äh, klau ich auch nochmal... den... was die auch immer sind... hier essen. Weil ich so freundlich bin. Ich bin ja... Ich bin ja ein netter... Ich bin ja ein netter Mensch, Leute. Kann ich euch so sagen, wie es ist. Ich bin auch im Real Life ein richtig netter Mensch. Wisst ihr aber auch bestimmt, dass ich so nett bin. Und für... Die, die mich kennen und gegen dich will ich schon mal nicht kämpfen. Ich brauch erstmal so ein schwaches. Guckt. Pisa Sam muss halt erstmal so ein schwaches besiegen. Und dann... kriegt's halt immer mehr Level. Und dann ist es halt auch stark genug... mehr... drauf zu gönnen. Leute, sorry wegen den Lags, aber... Ja... Es tut mir leid, aber ich kann das nicht machen, ohne dass es laggt. Aber immerhin, ich mach's für euch. Leute, das ist... etwas ganz Tolles, dass ich das machen kann. Da gehen auch nochmal... ein Dankeschön an meine lieben Eltern und WoWs. Ja, Leute. Den Hammer benutze ich zum Kämpfen. Ist halt so. Macht der mehr Damage als eine Spitzhacke? Ja. Hö, der macht eigentlich voll okay, der Damage. Ich find's schade, dass man in der Mod die Pokémon nicht selber angreifen kann. Weil, dann könnte ich hier... Dann könnte man... Oh, ja. Hier in der Mühle ist doch bestimmt... Sollte doch... Sonst wäre ich hier wahrscheinlich so richtig... Ich musste auf einem Berg suchen, Leute. Auf dem da. Ich suche... Ist denn das da? Leute, kann ich das abfangen? Nee, kann ich nicht. Oh, die hier... Die sind wichtig. Radfratz Level 3. Attacke! Mist! Attacke! Nein! Das Radfratz ist zu stark. Hör auf zu legen. Spiel! Ja! Anni! Mach's platt! Boom! Eigentlich bräuchte ich Jan-Kokkuma. Leute! Ich weiß, was ich mache. Benni wartet noch zwei Runden. Er macht erstmal Samen in ihn rein. Nice! Wurde gesenkt. Ticke! Ticke! Okay! Okay! Und das hier... Ticke! Ticke! Bitte mach ihn nicht nett! Ticke! Bitte mach ihn nicht nett! Ticke! Ticke! Ganz Wolli verliert safe, Leute. Schreibt in die Kommentare, wer gewinnt. Ja, okay, das Milchon hat gewonnen. Okay, Leute, ich guck mal, ob's Damage hat. Nee, hat's nicht. Und ich will auch gar nicht wissen, wie stark du bist. Ich dachte, das hat jetzt Damage. Also dachte ich jetzt mal so ein bisschen. Ich hatte irgendwie so beliefen, dass ich... Okay, Leute, das besiege ich nicht. Nein, wie soll ich sagen? Mach's kalt. Mach's... Donnerwelle. Nein, nicht gut. Bitte, bitte sei ein Ehrenmann. Nein, ist er nicht. Bitte, sich... Leute, mich ruft gerade jemand an. Guten Tag, ich bin gerade in der Aufnahme. Was geht? Okay. Ich rufe dich gleich einfach nochmal an. Ich bin gleich fertig. Was? Oh ja, stark. Dann können wir ja gleich gucken. Warte, ich gehe gerade noch auf Pokémon-Suche. Hm, okay. Wir können gleich hier auf Discord gehen. Ich mache noch ganz schnell das Video zu Ende. Und... Nee, alles gut. Jetzt haben wir einen witzigen Gag. Okay, dann... Man hört deine... Warte, ich kann's mir gleich nochmal angucken, ob man deine Stimme hört, weil ich glaube eher nicht, weil... Tatsächlich, ich habe dich gerade nicht auf Lautsprecher, sondern ich habe dich gerade einfach nur am Ohr. Man hört nur meine Stimme gerade. Also, oder? Oder, Leute? Hört man nur meine Stimme? Ja, okay, nee. Das Video geht eh nicht on, wenn man deine Stimme hört. Also... Dann... Ich glaube, man hört deine Stimme. Nee, ja, alles gut. Ja. Dann we are hopeful... Ob... Okay, ich kann immer noch kein Englisch, schade. Aber... Ja, ich wollte noch gerade mal so ein Wipipis abschlachten, was mich irgendwie genervt hat. Ah, nicht dieses 41-Level-Wipipis. Ich meine, wir wollen ja auch nicht übertreiben. Ich wollte eigentlich ein... Ah, da ist doch ein gefundener Gegner. Für meinen Bisasam. Ich kämpfe gerade mit Bisasam gegen einen Level 5 Ratzpratz. Mit einem Level 5 Bisasam. Ich spiele Pixelmon. Warte, ich gucke mal, ob man dich hört in der Aufnahme, weil... Oh, ich kriege gerade gar schon auf die Fresse. Ja, Mann, Bisasam du so gut. Warte kurz. Was? Okay. Dann, Leute, hätte ich gesagt, ich kläre das dann mal ganz kurz mit Bo. Und dann, dieses Video kommt, by the way, nur online, wenn... Also ihr... Ja, okay, wie sage ich das? Aber dieses Video kommt eh nur online, wenn man seine Stimme nicht hört. Also, Leute, ihr habt entweder Glück und man hört seine Stimme nicht oder ihr habt Pech und dann halt nicht. Okay. 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 Warte.